Hallo, ich gebe nun doch eine deutschsprachige, knappe Zusammenfassung des Ganzen. Mir ist es kürzlich sehr wahrscheinlich gelungen, die Ursache für die HIV-Pandemie in Afrika, südlich der Sahara, wie auch für die unverhältnismäßige Verbreitung des Virus unter Männern, die mit Männern Sex haben, gleichsam in einem Aufwasch aufzuklären. Der gemeinsame Grund für die leichtere Transmission, also Übertragung, ich versuche das, wie auch in den englischen Videos, so gemeinverständlich wie möglich zu halten. Es könnte nützlich sein, wenn die Sätze dadurch auch noch holpriger werden, als sie so schon ausfallen. Also der gemeinsame Grund für die leichtere Übertragung besteht in einer relativen anogenitalen Stenose, also einer Verengung, die Geschlechtsorgane und den AFTA betreffend, welche die genannten Hochrisikogruppen für die sexuelle Übertragung in sehr hohem Ausmaß und Anteil teilen. Welche aber in anderen Populationen, anderen Bevölkerungsgruppen und Gruppierungen zumindest in jenem Ausmaß sehr selten ist. Dies führt zu zahlreicheren, häufigeren und oder tieferen Schleimhautläsionen, was genau weiß ich nicht, beim Sexualverkehr, was die Übertragung von HIV exorbitant begünstigt. Frauen der subsaharischen Ethnie, genauer gesagt einiger solcher Ethnien, also Bevölkerungsgruppen, haben in nicht weniger als 40% eine wesentlich straffere vaginale Formvariante, also eine anatomische, eine Körperbau-Formvariante der Scheide, insbesondere von vorne nach hinten in sagittaler Achse, also insbesondere der Abstand von Vorderwand zur Hinterwand ist deutlich reduziert. Genauer gesagt betrifft das einige subsaharische Ethnien, denn es gibt auch im südlichen Afrika diesbezüglich vermutlich interethnische Varianzen, vor allem in Nigeria oder Ghana etwa oder in anderen subsaharischen Ländern, in welchen die HIV-Rate relativ im Vergleich etwa zu Südafrika oder Zimbabwe oder zu Malawi oder Swaziland relativ gering ausfällt. In diesen Staaten könnte diese Formvariante deutlich seltener vorkommen. Diese anatomische Variante konnte in anderen betrachteten Ethnien, in anderen Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht gefunden werden. Der Introitus Vaginae, also der Scheideneingang, hatte für die maximal bequeme Weitung im Mittel einen Durchmesser von 3,14 oder die Daten sind in der Studie leider uneindeutig 3,73 cm, während bei Weißen ein Mittelwert von 4,66 cm gemessen wurde. Alle ethnischen Stichgruppen hatten bereits rezeptiven, also empfangenden Vaginalverkehr, Frauen bleibt oft nichts anderes übrig, ausgeübt und auch in ungefähr gleichen Fraktionen Kinder geboren, bei den Schwarzen sogar geringfügig mehr bzw. häufiger. Dadurch kann also kaum eine Verzerrung entstanden sein. Das irrigierte Penile-Kaliber, also das Kaliber des steifen Penis, beläuft sich im Mittel auf 4 cm. Diese anatomische Variante scheint sich bei genetischer Vermischung vermutlich, das ist jetzt nicht gesicht, das ist rein vermutlich, sehr schnell zu verlieren. Wie Studien zur HLA-Diversität und HIV-Verbreitung nahelegen. Die HLA-Diversität ist ein Marker für eine genetische Durchmischung von Bevölkerungsgruppen und da wurde festgestellt, dass höhere genetische Diversität zu einer Verringerung der HIV-Rate in Bevölkerungsgruppen führt. Allerdings mit verpannten Ausnahmen, wo eben auch im subsaharischen Afrika die ethnische Diversität sehr gering war, etwa in Ruanda, aber trotzdem die HIV-Rate ziemlich niedrig war, was in dieser Studie als Anomalie, also als Auffälligkeit, als nicht vereinbar mit der dort vorgetragenen Theorie bewertet worden ist, was aber im Rahmen meiner Erklärung sich auch sehr gut verstehen würde. Bei Männern, die mit Männern Sex haben, liegt eine mäßige anale Stenose, also eine mäßige Verengung des AFTERs in 12 bis 59 Prozent der Fälle vor, die bei ihnen auch zum Teil massiv die Koabitation, also den Geschlechtsverkehr erschwert. Hierum wird sich bisher in der proktologisch-andrologischen Betreuung, also in der Betreuung beim Enddarmspezialisten oder beim Facharzt für unter anderem Männerheilkunde, darum wird sich in der Regel überhaupt nicht gekümmert. Und Fragen zu Beschwerden beim Sex gehören nicht einmal zur proktologischen Standardanamnese, also zur Standardbefragung des Enddarmspezialisten. Auch die wenigen Daten, welche es zum analen Kaliber gibt, entsprechen ungefähr den Werten für den Scheideneingang bei maximal pigmentierten Frauen. Es dürfte also wirklich das 1 zu 1 gleiche Problem ursächlich für die Epidemie sein. Für traumatische, also auf Verletzungen zurückgehende Blutungen bei sexueller Aktivität entsprechen die Raten für mit Männern sexhabende Männer ebenso fast exakt denjenigen für den heterosexuellen Vaginalverkehr in Südafrika. Zahlreiche weitere indirekte Belege, etwa zur Infektionsdynamik bei kenianischen Sexarbeiterinnen, sprechen dafür, dass dieser rein biologische Unterschied die Hauptursache der HIV-Verbreitung darstellt. Auch theoretische Überlegungen im Rahmen einer eliminativen Induktion überhaupt möglicher pathologischer Prinzipien oder Mechanismen deuten stark auf Fehlbildung oder anatomische Variante in Gemeinschaft mit Trauma hin, ja, also eliminative Induktion heißt, ich betrachte, was überhaupt möglich ist an pathologischen Prinzipien und schließe der Reihe nach dann alle aus, bis auf ein paar, die übrig bleiben werden und die dann eben nur noch in Frage kommen als ursächlich für die Epidemie. Und dann sehe ich eben, dass bis auf Trauma und Fehlbildung bzw. anatomische Variante, also irgendwas makroanatomisches, dass bis auf das aller anderen pathologischen Prinzipien quasi aufgrund der Studienlage nun ausgeschlossen sind. Das scheint aber niemandem aufzufallen. Auch die meisten Interventionsstudien zur Behandlung anderer sexuell übertragbarer Infektionen, die werden oft auch mitverantwortlich gemacht oder von manchen auch hauptverantwortlich gemacht für diese Epidemie, aber auch die meisten Interventionsstudien zur Behandlung anderer sexuell übertragener Infektionen sind hinsichtlich der Vorbeugung von HIV mittlerweile gescheitert, was einen kausalen, also einen ursächlichen Zusammenhang für diesen in der Tat sehr heißen Kandidaten immer unwahrscheinlicher werden lässt. Auch sind die Gründe für eine größere Verbreitung der sexuell übertragbaren Infektionen in diesen Hochrisikogruppen, Schwarze und Männer, die mit Männern Sex haben, vor allem bei Schwarzen sind die bisher unklar im Rahmen meiner Hypothese, also meiner zu überprüfenden Behauptung, elegant, falls das Wort hier passt, erklärbar. Die nicht sexuell übertragbaren Co-Infektionen, auch als Faktor im Gespräch, können aber auch nicht maßgeblich schuld sein. Malaria, Helminden oder Schistosomiasis, also Wurmerkrankungen, Tuberkulose, Schwindsucht und so weiter, sind auch in Gebieten ohne HIV-Pandemie verbreitet, etwa in Nordafrika, in Südamerika, in Teilen Asiens. Sie sind umgekehrt in den USA, wo Schwarze dennoch mittlerweile auch schon fast die größte Gruppe der Infizierten ausmachen, praktisch nicht vorhanden, können also auch nicht maßgeblich schuld sein. Immunologisch-Biochemische Ursachen, also Dinge, die was mit den Genen, mit dem Körperabwehrsystem oder mit Vorgängen auf molekularer, also auf atomniedrigmolekularer Ebene im Körper zu tun haben, also mit kleinen Teilchen, die miteinander interagieren, also was Mikroskopisches, was auf einem sehr kleinen Rahmen stattfindet, bestimmte Antikörper, bestimmte Stoffe, die die Abwehrfunktion des Körpers modulieren. Diese können auch nicht für die ungleiche Verbreitung verantwortlich sein, denn sie lassen sich etwa aufgrund der Infektionsdynamik bei kenianischen Sexarbeiterinnen nahezu quasi ausschließen. Denn 10 bis 20 Jahre ältere Sexarbeiterinnen waren Studien zufolge enorm geschützt gegenüber den Jüngeren. Das Virus hat sich viel mehr, enorm mehr verbreitet unter jüngeren Sexarbeiterinnen, die gerade als die Pandemie mit der Sexarbeit begannen, die waren viel mehr betroffen als die Älteren. Einige Sexarbeiterinnen, welche schon für Immungehalten und gar für immunologische Studien herangezogen wurden, Serokonvertierten bezeichnenderweise genau dann, also wurden genau dann HIV-positiv, als sie gerade einen Urlaub gemacht oder die Sexarbeit aufgegeben und so eine Zeit lang weniger regelmäßig Sex gehabt oder in vielen Fällen ganz abstinent gelebt hatten. Und die Konklusion daraus lautete in der Studie selbst, dass eine kontinuierliche Exposition, eine kontinuierliche Aussetzung gegenüber HIV nötig sein könnte, um die Immunität zu erhalten. Dass diese Einschätzung aber eher nicht zutrifft, zeigt der frappante Unterschied in der HIV-Prävalenz, im HIV-Vorkommen zwischen den älteren und den jüngeren Prostituierten ebenfalls derselben Stadt. Die Studien bezogen sich alle auf Nairobi in Kenia. Wobei erstere, also wobei die älteren Sexarbeiterinnen in den 80er Jahren nun keinen kontinuierlichen Kontakt zu HIV gehabt haben konnten, da es sich damals erst langsam zur Epidemie entwickelte. Das war noch nicht verbreitet in so hohen Raten wie heute oder um 2000, in den 90er Jahren rum. Auch fasst das Virus in ungefähr gleicher Prävalenz, in ungefähr gleicher Vorkommenshäufigkeit, zumindest zu Beginn der Epidemie und in gewissen Zentren, Großstädten oder San Francisco, schwule Zentren in Paris, Köln und so weiter, in anderen Ethnien Fuß, ja, das fasst dort in wirklich vergleichbaren Raten Fuß, also manchmal 5%, das ging bis zu 25%, wie gesagt, zu Beginn der Epidemie, als man nicht wusste, was das jetzt ist und wo das herkommt. Es fasst in anderen Ethnien mit Südafrika vollkommen vergleichbaren Raten Fuß, wenn sie nur ein gewisses Risikoverhalten haben, also wenn es mit Männern kopulierende Männer sind oder wenn sie IV-Drogen nehmen. Das ist also eine ganz andere, wenn man die Risikogruppen für sich betrachtet, nicht die Gesamtbevölkerung, aber wenn man die Risikogruppen für sich betrachtet, dann ist das eine ganz andere epidemiologische Situation mit HIV, als beispielsweise beim Burkitt-Lymphom, einer Blutkrebserkrankung, wo in der Tat wahrscheinlich Infektionen Ursache für die endemische Variante in Afrika sind, Malaria und oder EBV-Infektionen sind dafür verantwortlich. Also die machen, dass die genetische Mutation, die eigentlich verantwortlich ist für das, oder ursächlich verantwortlich ist für das Burkitt-Lymphom, dass die dort eher sich ausdrückt im Burkitt-Lymphom. Da sind Infektionen verantwortlich, aber für HIV scheint wohl nicht, weil das eine ganz andere epidemiologische Situation ist. Es tritt in den gleichen Raten hier wie in Afrika auf, wenn man die Risikogruppen berücksichtigt. Und die eigentlich nächstliegende Erklärung hierfür wäre eben schlicht, dass bei Männern, die mit Männern Sex haben und für die generelle Epidemie in Afrika südlich der Sahara dieselbe Ursache verantwortlich ist und eben nicht irgendwelche immunologisch-genetischen Faktoren. Diese können einfach aufgrund der recht langsamen Evolution nicht der Grund sein, wenn bei jungen versus älteren Sexarbeiterinnen in ein und derselben Stadt ein so frapanter Unterschied in der Prävalenz von HIV gefunden wird, ganz zu schweigen von der dann rätselhaft paradoxen Entwicklung hin zu einer so plötzlich höheren Suszeptibilität für ein prinzipiell letales, also tödliches Pathogen für einen so tödlichen Krankheitserreger. Ja, es wäre dann, wenn das genetische Faktoren sind, wäre zu erwarten, dass die älteren Prostituierten eine höhere Rate von HIV haben und die jüngeren dann einen Schutzmechanismus entwickeln. Und ich finde das haarsträubend, dass darauf noch niemand gekommen ist, dass es sich eben anders verhält. Neoplastische Ursachen, also die auf Neubildung von Zellen, Krebs oder sowas zurückgehen, sowie vaskuläre, also das Gefäßsystem betreffende Unterschiede, schließe ich als gänzlich unplausibel aus. Und damit bleiben als pathologische Mechanismen, als krankmachende Mechanismen oder Unterschiede für die ungleiche Verbreitung von HIV schlicht nur noch Fehlbildung oder anatomische Variante in Gemeinschaft mit Trauma übrig. Damit ist das quasi theoretisch halbwegs gesichert. Die sozioökonomischen, behavioralen, also das Verhalten betreffenden und auch die wenigen biologischen Einflussfaktoren, die bisher für die Epidemie ins Feld geführt worden sind, sind entweder selbst als Konglomerat, selbst alle zusammengenommen, viel zu unspezifisch für die Hochrisikogruppen. Das heißt, sie finden sich selbst zusammengenommen, auch in vielen anderen Teilen der Welt oder vielen anderen Bevölkerungsgruppen, ohne dass dort so eine eklatante Epidemie vorliegt. Biologische Faktoren, habe ich schon gesagt, die Ko-Infektionen können es nicht sein, aus den genannten Gründen. Dann gibt es die CCR5-Mutation, das ist ein Rezeptor, auf den HIV bei der Infektion angewiesen ist. Bei Weißen ist eine Mutation häufig, da fehlt der Rezeptor, der ist kaputt. Das gibt es aber in Asien, Südamerika, doch dort schon in Asien. Aber in Asien gibt es diese Mutation auch nicht und da gibt es keine so hohe Epidemie. Dann die Unterart des HIV-Virus, also die Familienklasse, die Klade des HIV-Virus, das HIV-Virus unterscheidet sich auch, in Afrika und Nordamerika zum Beispiel. Aber das kann es auch nicht sein, weil zum Beispiel in Nordamerika auch Schwarze unverhältnismäßig betroffen sind. Die HLA-Varianten gibt es auch überall. Also selbst als Konglomerat, selbst zusammengenommen, sind diese Ursachen viel zu, also sind diese diskutierten Faktoren viel zu unspezifisch für die Hochrisikogruppen oder sie sind schlicht irrelevant, einige sind sogar unzutreffend, wenn man die Studien sich anguckt oder allenfalls sekundär beziehungsweise als Epiphenomene bedeutsam. Ja, also dass das erst eine Folge ist der Makroanatomie, diese Phänomene. Die heterosexuelle Verbreitung bei Schwarzen gibt Rätsel auf und kann unmöglich durch jene Faktoren erklärt werden, welche gewöhnlich diskutiert werden. Zimbabwes Vergewaltigungsstatistik ist zum Beispiel vergleichbar mit derjenigen von Belgien und dem Vereinigten Königreich. Armut und schlechte Gesundheitsversorgung, wird auch immer genannt, die sind in Indien beispielsweise vergleichbar. Armut ist in Indien, auch Studien zufolge zuweilen, sogar stärker ausgeprägt. Indien und viele andere Länder, Teile Nordafrikas, so veränderungswürdig sie ist, haben auch eine große Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, ohne die südlich-afrikanische Prävalenz, Verbreitung von HIV-Infektionen zu beklagen. In Indien sind die totalen Infektionszahlen ziemlich hoch, aber das täuscht insofern, als Indien eine riesige Bevölkerung hat. Relativ gesehen ist es in Südafrika exorbitant hoch. Die Zirkumzision, also die Beschneidung, wird jetzt auch als Zervorbeugung gemacht, die ist in Europa und China eher selten. Auch keine HIV-Epidemie in den Ausmaßen. Ebenso bei Buddhisten und Hindus in Indien trotzdem keine HIV-Epidemie. Das kann es also auch nicht sein. Und wie gesagt, auch als Konglomerat. Indien ist dann auch in dem Konglomerat mit drin. Keine Beschneidung, keine CCA5-Mutation. Dann herrscht in Indien auch dieselbe HIV-Klade wie in Südafrika vor. Schlechte Gesundheitsversorgung, Armut, alles zusammen. Trotzdem keine HIV-Epidemie in den Ausmaßen. Afrikaner haben auch nicht mehr Sexualpartner als andere Ethnien, zumindest was die Gesamtzahl betrifft. Was die Gesamtzahl betrifft, gibt es kaum Unterschiede. Konkurrierende, also mehrere Partner oder eher kooperierende Beziehungsformen mögen in der Tat minimal häufiger sein. Doch legt man die bei heterosexuellen Weißen festgestellte HIV-Transmissionsrate zugrunde, und man hielt es offenbar nicht einmal für nötig, sie bei Schwarzen überhaupt zu bestimmen, legt man die bei Weißen festgestellte HIV-Transmissionsrate zugrunde, so kann dieser minimale Unterschied im Sexualverhalten aber niemals eine solche generalisierte Epidemie erklären. Ich möchte nun eigentlich dringlichst mit konfirmatorischen oder interventionell präventiven Studien zu diesem Gegenstand beginnen, merke aber, dass diese Theorie stark tabubelastet ist. Ich denke, dass gerade darin ein Teil der evolutionären Erfolgsstrategie von HIV besteht. Das Virus hat über seine diversen Kamouflagen auf zellulärer und klinischer Ebene hinaus metaphorisch auch eine Verschleierungstaktik auf kulturell-psychologischer Ebene. Ja, also das versteckt sich nicht nur im mikroskopischen Bereich, also im Zellenbereich, es hat verschiedene Taktiken, wie es da dem Immunsystem entgeht oder jetzt überhaupt nicht auffällt. Dann hat es eine Verschleierungstaktik auf klinischer Ebene, also in der Beobachtung des Arztes gegenüber dem Patienten, die fallen nicht auf, die fallen über fünf bis zehn Jahre gar nicht auf, über fünf Jahre fallen sie meist gar nicht auf und fünf bis zehn Jahre merkt man ein bisschen was und nach zehn Jahren kommen erst die Erkrankungen durch die HIV, sich diagnostizieren lässt. Also es versteckt sich sehr gut und es versteckt sich eben auch, das ist meine Behauptung auf kulturell-psychologischer Ebene, diese Kamouflage, diese kulturell-psychologische Kamouflage hat erfolgreich jetzt 30 Jahre möglicherweise, also wenn das zutrifft, seine Transmissionsstrategien verschleiert. Das ist eine sehr erfolgreiche Strategie gewesen. Denn HIV ist von dem Hepatitis C Virus abgesehen, per se vermutlich die am schwierigsten sexuell übertragbare Erkrankung, alles andere geht viel einfacher, soviel ist, trägt man viel leichter als HIV, Herpes, Chlamydien und so weiter. Es ist per se vermutlich die am schwierigsten, und auch gesichert, die am schwierigsten sexuell übertragbare Erkrankung, die man aber nach gegenwärtigen Möglichkeiten, leider im Gegensatz zu den anderen Erkrankungen, entweder durch Therapie oder von selbst, ja, Herpes erledigt sich in vielen Fällen von selbst, ist, man kriegt es nicht eliminiert, wenn sie mal da ist. Ja, die Behandlung hilft, das hat sie mittlerweile herausgestellt, hilft ein bisschen, das einzudämmen, aber man kriegt es trotzdem nicht völlig weg, weil auch viele nicht wissen, dass sie es haben. Die kulturelle Camouflage des Virus, diese kulturelle Camouflage des Virus, wie ich dieses Phänomen nennen möchte, besteht nun gleichsam darin, mit dieser sehr niedrigen Infektiosität einerseits, bei Nadelstichverletzungen hat HIV durchschnittlich eine Übertragungsrate von 0,3 Prozent, also selbst wenn da Blutkontakt ist, ist es immer noch sehr unwahrscheinlich, dass HIV übertragen wird, im Schnitt bei hoher Viruslast und bei sehr tiefen Wunden steigt natürlich die Rate, aber im Schnitt 0,3 Prozent, wenn da eine kleine Verletzung ist. Also, die kulturelle Camouflage des Virus, wie ich dieses Phänomen nennen möchte, besteht nun gleichsam darin, mit dieser sehr niedrigen Infektiosität einerseits und der menschlichen Kognition, dem menschlichen Verstand und beziehungsweise einer konservativen Bauchmoral andererseits zu spielen. Das Virus ist vermutlich, wegen dieser niedrigen Infektionsrate, ist vermutlich auf einen oft über Jahre bis Jahrzehnte bestehenden, die Übertragung enorm begünstigenden Faktor angewiesen, um überhaupt in epidemischen Raten in den sogenannten Hochrisikogruppen Fuß fassen zu können. Und eben dieser, also selbst diese Hochrisikogruppen, selbst diese, brauchen vermutlich Jahre bis Jahrzehnte, damit dort überhaupt eine Epidemie entstehen kann. Ja, und eben dieser Faktor, auf den das HIV-Virus über Jahre wahrscheinlich angewiesen ist, nämlich das maximale, atraumatische, anogenitale Kaliber, wie ich meine, ist ein menschliches Tabuthema, selbst und vor allem in ärztlichen Kreisen. Und daher konzentriert man sich bei der Ursachenforschung bezüglich der ungleich höheren Übertragung bei Schwulen und im südlichen Afrika oder bei Schwarzen insgesamt, auf in Wahrheit möglicherweise relativ irrelevante, aber offensichtlichere Unterschiede, welche die Hochrisikogruppen aufweisen oder auch nur aufzuweisen scheinen, die aber bewusst oder unbewusst rassistische, homophobe, sexfeindliche und neidisch schadenfrohe Erwartungshaltungen befriedigen. Deshalb kommen die so gut an. Deshalb freut das immer wieder, wenn dann auch noch wahrscheinlich im Lancet steht, konkurrierende Beziehungsformen sind wahrscheinlich verantwortlich für diese Epidemie. Im deutschsprachigen Raum kann ich ja sagen, wie diese Prinzessin oder die Dings Gloria von Ton und Taxis gesagt hat, der Neger schnachselt gern. Das befriedigt einfach total die Erwartungshaltungen. HIV ist, so despektierlich es klingen mag, weniger ein virologisches oder biochemisch genetisches, also ich weiß, dass das jetzt ziemlich gegen den Strich geht und dass ich mir damit auch kaum Freunde machen kann, aber das ist jetzt einfach so und ich kann es auch nicht auf eine demutvolle, auf eine demütige Weise vorbringen. Das ist einfach wie Semmelweis Theorie, dass das Kindbettfieber eben von den Händen der Ärzte kommt. Das ist ja einfach jetzt eine Theorie, die ich nicht auf eine demütige Weise präsentieren kann. Also deshalb gebe ich mir überhaupt keine Mühe mehr, das zu tun. Also HIV ist, so despektierlich und prätentiös es klingen mag, weniger ein virologisches oder biochemisch-genetisches als ein makroanatomisches, statistisches und kulturelles Problem. Ja, das spielt sehr mit Statistik und mit Unterschieden, Bevölkerung, mit Anteilen, mit Raten. Hauptursächlich ist die Makroanatomie, also der Körperbau im Großen, im Groß-Sichtbaren und vor allem mit der Kultur beziehungsweise mit dem psychologischen Mindset, mit dem, wie Menschen nun mal kulturell, psychologisch gestrickt sind. Es ist vor allem ein makroanatomisches, statistisches und kulturelles Problem beziehungsweise Phänomen und kein virologisches oder biochemisch-genetisches. Und es bringt daher wohl langfristig auch nichts, sich auf die ersteren Punkte zu konzentrieren, um es effektiv zu bekämpfen. In der Medizin geht es zuvörderst eigentlich darum, die Ursache von Krankheiten oder Krankheitsepidemien zu erforschen. Das ist sozusagen die Königsdisziplin oder der Heilige Gral. Schließlich zu erkennen und zu beseitigen. Daher macht es im Grunde auch wenig Sinn, alle Energie fast ausschließlich in die noch nach 30 Jahren bei allem Fortschritt und aller Wichtigkeit, dass in enorme Leistungen vollbracht worden, mehr schlechte als rechte Behandlung oder Impfstoffentwicklung für die HIV-Erkrankung zu stecken, solange nicht einmal die Ursache für die Epidemie im südlichen Afrika klar am Tag liegt. Das ist gänzlich gegen die Grundprinzipien der Wissenschaft, dass man nicht hingeht und die Ursache der Epidemie erforscht, erkennt und beseitigt. Das geht so nicht. Das ist sinnwidrig, was da gemacht wird, 30 Jahre lang jetzt. Gegen Cholera existiert beispielsweise bis heute auch keine beeindruckende Behandlung, aber durch Erkennung der Ursache und den Bau gescheiter getrennter Frisch- und Abwassersysteme konnte der Epidemie in vielen Teilen der Welt effektiv Einhalt geboten werden. Und deshalb werden wir in Zukunft in erster Linie das anale und vaginale Kaliber angehen müssen, um HIV effektiv zu besiegen und, wie ich meine, letztlich auszurotten. In etwa 30 Jahren, schätze ich, könnte die Epidemie vorbei und Schwarze sowie Männer, die mit Männern Sex haben, zugleich die glücklichsten Menschen der Erde sein. Denn eine Behandlung der der Epidemie sehr wahrscheinlich zugrunde liegenden Erkrankung ist nämlich am einfachsten, ökonomischsten und komplikationslosesten durch anogenitale Selbstdehnung möglich, welche in Anwendungsintervallen, also in einem Abstand der Anwendung, von maximal vier bis sechs Tagen regelmäßig stattfinden sollte. Ja, also es sollte der Anus, der After oder die Scheide, ich weiß noch nicht, ob es nur der Scheideneingang ist bei maximal pigmentierten oder ob es die gesamte Vagina ist, also es sollte auf jeden Fall regelmäßig dilatiert, also es ist regelmäßig der Scheideneingang oder die gesamte Scheide oder der After in den Hochrisikogruppen gedehnt werden, sobald die Dehnung durch Koitus, also durch Geschlechtsverkehr oder beim Anus zusätzlich gleichwertig durch besonders kompakte Stühle für mindestens den nämlichen Zeitraum unterbleibt, findet also kein Geschlechtsverkehr statt oder nimmt das Kaliber der Stuhlportionen ab für mehr als vier bis sechs Tage, dann sollte in den Hochrisikogruppen ähnlich wie das Zähneputzen, es ist nur viel einfacher als das Zähneputzen noch, eine Selbstdehnung stattfinden. Ganz einfach. Das wäre eine 100% mechanische physiotherapeutische Behandlung, welche frei, ganz frei von unerwünschten Wirkungen wäre, da sie bloß die natürliche anogenitale Belastung nachahmte. Das ahmt das nach, was stattfindet, wenn sowieso Geschlechtsverkehr stattfindet. Damit beschränken sich die unerwünschten Wirkungen wirklich auf die unerwünschten Wirkungen, die Sexualverkehr haben kann, maximal, oder eine große Stuhlportion. Auch dürfte sie etwa anhand der retrospektiven Daten zur Infektionsdynamik bei kenianischen Sexarbeiterinnen sehr erfolgversprechend sein. Dort hat sich ja gerade gezeigt, dass bei regelmäßiger Dehnung die HIV-Übertragung ausbleibt. Sie hätte einzig den erwünschten Nebeneffekt, das Anodysparionie, also Beschwerden beim Sexualverkehr und vaginale Disparionie in den Hochrisikogruppen der Vergangenheit angehören und die Kohabitationen damit entspannter, weniger intoxikiert, häufiger, ausdauernder, souveräner und mit vollem Genuss durchführbar würden. Zudem wäre es eben nach 30 Jahren die erste Präventionsmaßnahme gegen HIV, welche das Übel direkt an der Wurzel anpackt. Ich wäre für jede Hilfe oder Vermittlung an entsprechende Expertinnen in dieser Sache dankbar, zumal ich gegenwärtig als Student naturgemäß keine Forschungsprojekte initiieren kann. Es wissen über diese Sache jetzt mittlerweile über 300 HIV-AIDS-Präventions- und Übertragungsforscher, Gesundheitsämter oder Gesundheitsministerien verschiedener Länder, das CDC weiß Bescheid in den USA. Es gibt kaum noch Leute in irgendwelchen Kontinenten, die nicht Bescheid wissen. Ich bitte nun inständig darum, endlich mit einer Zusammenarbeit mit mir anzufangen, also anzufangen, mit mir in dieser Sache zusammenzuarbeiten, denn ich denke, ich kann das Problem lösen, kann es aber wirklich nicht alleine tun. und ich bin mir und mir